Und, da sind wir schon wieder. Hihi, jetzt kriege ich das auch noch. Gut, eigentlich so normalerweise ein Streethouse. Äh... Die einzigen zwei Karten, die ich schon gespielt habe. Also, das gebe ich mir jetzt gar nicht. Und zwar... Edgefield? Edgefield. Das geht so schön schnell jetzt mit dem... Einfach, äh... ins Spiel gehen. Ich muss keine Gegenstände dazu packen. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Aha. Wie alt bist du? Okay. Ich trau der Sache halt nie so ganz. Okay. Foto vom Geist. Geister-Event. Oh, EMF. Dann kann ich viele Nebenaufgaben machen. Schlüssel hab ich. Jawohl. Und wir haben Margaret Thomas. Äh... Äh... Oh. Gib mir ein Zeichen. Warte. Direkt ein Schritt gehört. Das ist... Ein gutes Zeichen. Und, falls ich ein... Foto kriegen sollte... Wow. Ist ganz schnell. Äh... Zeige dich. Margaret Thomas. Margaret Thomas. Zeige dich. Erscheine. Sophocou. Bist du hier? Wie alt bist du? Äh... Wie alt bist du? Wo bist du? Close. Okay. Super. Ähm... Ich guck mir mal, wo die Sicherung gerade ist. Nicht hier. Ist die überhaupt hier in dem Raum? Manchmal. Ich hoffe, dass sie in der Garage ist. Ne. Der Keller von dem Haus hier ist furchtbar. Baaah. Margaret Thomas. Zeige dich. Okay. Ich drehe hier so. Zeige dich. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein EMF 5. Ich habe noch keine Geisterbox. Ich habe halbwegs... Geisteraktivität. Jetzt gucke ich mal gerade. Es sind 1, 2, 3, 4. Darin könnte man es ablesen. Okay. Ja. EMF und Geister Event haben wir beides. Ähm... Die zwei Dinger. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt entgangen ist, oder... Da haben wir schon mal einen. Okay. Das wäre Beweis Nummer 2. Gut. Dann gucken wir doch noch nach dem Ort. Die ist ziemlich aktiv. Wir müssen es sich noch zeigen. Das wäre ziemlich genial. Dann hätte ich hier sogar alle Nebenaufgaben. Äh... Ich gucke gleich nach dem Ort. EMF. Und... Fingerabdrücke. Banshee Revenant. Äh... Liebte Kombi. Revenant ist... Buch. Banshee ist... Gefrier. Es tut mir leid. Ich brauche einen Buchbeweis. Es kann kein Ort mehr sein. Das läuft so schön... Wie am Schnürchen hier momentan. Gut. Du hast hier mal Zeugs gemacht. Ja, äh... Ich suche in der zweiten mal nach dem... Knochen. Den habe ich noch nicht gesehen. Das geht voll schön schnell. Jetzt brauche ich nur noch ein Foto und... Äh... Interaktion. Ich glaube, das Buch lege ich mal eher hier rein. Und da gucke ich mal, ob ich noch ein... Ein Ouija-Brett fülle. Das ist ja auch immer noch eine schöne Sache hier. Hm... Hier rein. Das ist kein Ouija-Brett. Das ist auch kein Ouija-Brett. Hier glaube ich nicht, was sonst liegt. Hier. Auch nicht. Auch nicht. Das Ouija-Brett ist dann so eine Sache... Wenn ich es finden sollte, kann ich es... Manchmal ist es ja auch hier drin. Kann ich es unten zum Eingang bringen. Und, äh... Wenn ich mit allem anderen fertig bin... Benutzen. Benutzen. Kein Ouija-Brett. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so eine leichte Anspannung. Anstatt diesen Wandschränken könnte man eigentlich die Wand hier wegmachen. Und riesige Regale hinbauen. Hätte sogar mehr Platz. Okay, sieht nicht da Ouija-Brett hier aus. Schade. So, jetzt hätte ich nur noch gerne das Buch. Sehr schön. Und ein Foto vom Geist. Äh, Margaret Thatcher. Zeige dich. Thomas? Was, Thomas? Margaret Thomas? Das war bestimmt Margaret Thomas. Ich gucke noch. Es gibt noch so ein, zwei Stellen. Wo ein Rager-Brett liegen kann. In dieser Karte. Schade. Fällt mir nur noch da hinten ein. Auch nicht schade. Bei dem Keller wahrscheinlich auch nicht. Aber wir gucken nach. Ich kenne ja die ganzen Spawnpunkte von den Rager-Brettern jetzt nicht. Das kommt ganz, 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 ganz zum Schluss. Das ist mir sogar noch zu weit weg. Margaret Thomas? Zeige dich. Erscheine. Lass mich gucken, wie viel Sanity ich noch habe. Dann bin ich gleich wieder da. Das war auch eine Anweisung. Die musst du befolgen. Du bist ein Geist. Du hörst auf mich. Ähm, 80 bis heute. Das ist noch gut. Ich will erst das Foto vom Geist. Äh, ich habe den Namen vergessen zu bekommen. Es war trotzdem Margaret Thomas, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich will auch nur mal sicher gehen. Und der Name ist Margaret Thomas. Margaret Thomas? Zeige dich. Ich will nicht. Ich will nicht. Margaret Thomas? Erscheine. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Sollen wir gleich mal das Ouija-Brett ausprobieren? Margaret Thomas? Zeige dich. Margaret Thomas? Gib mir ein Zeichen. Margaret Thomas? Gib mir ein Zeichen. Margaret Thomas? Trinke Kaffee. Margaret Thomas? Zeige dich. Margaret Thomas? Du bist langweilig. Margaret Thomas? Du bist echt langweilig. Äh, mach das Licht aus. Was warst du? Eine Banshee? Bist du eine Banshee? Warte. Ähm, ich hatte... Ne, das Buch. Du bist der Revenant, oder? Margaret Thomas? Verfolg mich bloß nicht. Ups. Margaret Thomas? Zeige dich. Wenn die sich nicht zeigen, obwohl man den Namen spendet. Margaret Thomas? Margaret Thomas? Margaret Thomas? Margaret Thomas? Die wogt hier wirklich so an der Ecke hier rum. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in dem Raum hier, oder? So, ich gucke jetzt mal, ob ich hier das Foto kriege. Ja, kriegen wir. Zeige dich. Margaret Thomas? Margaret Thomas? Zeige dich. Margaret Thomas? Zeige dich. Margaret, erscheine. Das ist nicht erscheinend. Höde? Soffe Kuh? Margaret Thomas? Du hast den Fernseher angemacht. Margaret Thomas? Erscheine. Ich gucke nochmal, ob die Sanity so übrig geblieben ist. Es ist so eine tolle Gelegenheit, das Foto jetzt zu kriegen. Wenn ich noch die Aufgabe dazu habe. Uh. Äh, 70 Prozent, jo. Margaret Thomas? Zeige dich. So sicher. Margaret Thomas? Zeige dich. Margaret Thomas, erscheine. Ich glaube langsam ist mir zu blöd. Wie spät ist es eigentlich? Wow. Margaret Thomas, erscheine. Na, ich glaube ich lasse es. Wo bist du? Wo bist du? Zeige dich. Habe ich das möglicherweise für meinen Geschmack schon zu viel Sanity gekostet? 60 Prozent habe ich noch. Da ist der Wingroom. Margaret Thomas, erscheine. Naja. Na, ich gehe. Tschüss. Dauert mir zu lang. Aber ich habe fast alles. Das ist doch schon mal ganz nett. Ähm. Foto vom Geist. Das ist das einzige was fehlt. Ja. Revenant habe ich auch schon. Immerhin vier verschiedene Fotos. Das ist auch sehr gut. Das klammert sich langsam. Gut, immerhin 70. Und immerhin 80. Äh. Die da. Okay. Ja gut. Dann machen wir gleich noch eine Folge. Weil ich habe noch nicht alle Karten durch, die ich momentan machen kann. Und ich hätte gerne möglichst schnell Level 3, damit ich ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Also sehen wir uns gleich wieder. Also sehen wir uns gleich wieder. So wie es gehört. Ciao.